Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist ein sogenannter Brückentag. Viele von euch werden es nutzen können. Ansonsten steht ja auch das Wochenende vor der Tür. Also Weidmannsheil und viel Spaß beim Sommervergnügen. Achso, Sommervergnügen, das fällt dies Jahr flach, denn die Affenpocken sind im Anmarsch bzw. schon da. Wer also gedacht hat, wir haben Ruhe vor Corona, weil sich das Virus im Sommer nicht so doll ausbreitet, der muss jetzt leider doch in Panik verfallen und Angst haben. Ja, außer hier bei uns. Wir haben ja keine Angst. Nun gut, also Experten warnen vor zu vielem Sex und vor engen Veranstaltungen, also wo viel los ist. Darum werden wir wohl auf Liebe verzichten müssen diesen Sommer und wenig ins Schwimmbad gehen. Dann hat die Mehrheit unserer Bevölkerung dafür Zeit, über den Klimaschutz und über Atomkriege nachzudenken. Ja, die STIKO, die möchte diesmal nicht zu spät kommen. Bei der Corona-Impfung für Kinder, da war man ja nicht auf Linie und hat sich erst spät besonnen. Jetzt prescht die STIKO vor und empfiehlt ja Impfungen. Und siehe da, es ist auch gleich ein PCR-Test weit vorhanden und ein entsprechender Impfstoff. Alles passt wie die Faust aufs Auge. Und mein Nachbar, der ist nicht besonders helle, der spricht davon, dass das alles schon ein Plan sein könnte. Ach, der Nachbar, der hat ja gar keine Ahnung. Aus Amerika, so erfahren wir in den Medien, ja verstärkt gerade, wird ein neues, in verschiedenen Staaten ein neues Abtreibungsgesetz beschlossen. Und die Menschen laufen Sturm dagegen, weil das von der Konservativen, also von der Trump-Partei kommt. Und die wären ja rückständig und was weiß ich alles. Dazu sei gesagt, dieses neue Gesetz in Oklahoma besagte eine sogenannte Herzschlaggesetz. Also das heißt, wenn das Herz anfängt zu schlagen, dann sollte man nicht mehr abtreiben. Ja und dann noch etwas aus dem Jahr 2019. Da hat New York beschlossen, dass man bis zum neunten Monat abtreiben kann. Und dass diese Abtreibung fast jeder vornehmen kann, der irgendwie was Medizin, mit Medizin zu tun hat. Medizinische Assistenten, Krankenschwestern, Hebammen, alle können da ran bis zur Höhegeburt. Und da die ja Richtlinien für diese Abtreibung nicht genau definiert sind, können wir uns vorstellen, dass da so einiges los ist. Und bis zur Geburt ist auch so eine schwammige Sache. Ist das Kind schon da oder wenn es gerade rauskriecht? Ja, keine Ahnung. Wir denken, dieses Gesetz ist einfach nur Schrott und menschenverachtend. So, dann kommen wir ja zu unserem Bundeskanzler. Der hat gerade in Davos gesprochen, wo sich die Wirtschaftsfachleute treffen. Und er hat gesagt, die Russen dürften auf gar keinen Fall den Krieg gewinnen. Und dann hat er noch gesagt, er ist für eine neue Art von Globalisierung, wie auch immer die aussehen mag. Und irgendwie habe ich in meiner naiven Art sofort einen Zusammenhang hergestellt. Aber wie gesagt, das resultiert wohl aus meiner Unwissenheit. Nun gut, dann hat Scholz noch etwas gesagt. Und das schlägt beinahe den Fass dem Boden aus und lässt uns an der Kompetenz und Intelligenz des Kanzlers zweifeln. Er hat gesagt, Putin hätte die Geschlossenheit und Stärke von NATO, EU und G7 unterschätzt. Lieber Herr Scholz, wer so lange mit Sanktionen kämpfen muss wie Putin, der wird wohl in dieser Richtung alles bedacht haben. Und ihm da eine gewisse Naivität oder Dummheit zu unterstellen, ist völlig fernab von jeder Realität. Und somit kommen wir wieder einmal zu dem Fazit, sie sind nicht unser Kanzler und sie sollten sofort zurücktreten. Leute, in diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern, lasst euch kein X für ein U vormachen. Schaut immer über den Tellerrand. Das hat man uns immer vorgeworfen, dass wir zu engstirnig wären. Dann schaut in die Welt hinaus und dann seht ihr, was alles passiert und was läuft. Und aus diesem Grunde glauben wir, es bröckelt und bröselt. Macht euch ein schönes Wochenende. Abonniert unseren Kanal, einen Daumen nach oben oder eben nach unten, einen Kommentar, positiv oder negativ, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.